Es ist ein Networking, es ist ein Begreifen, dass es braucht, dass man sich in der Branche nach Spitze ausrichten will. Nur wenn man alle gut werden will, werden alle gut. Das ist eine wichtige Herausforderung. Bei Best of Swiss Gastro kannst du davon profitieren, dass du mit deinem Betrieb auseinandersetzen kannst, dass du deine Mitarbeiter auf Spitzenleistungen fokussieren kannst und dass du sie vor allem mit dem Bedürfnis von deinen Kunden fokussieren kannst. Essen und Trinken sollen seine Erlebnisse.